Hallo, hier ist der Wallen. Bei Killer ist es gerade Miami, bei mir ist es eigentlich Niter, aber ich habe gemerkt, dass Niter eher ein Spiel ist, dass man zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft spielen sollte, zusammen. Auf jeden Fall in der Gruppe zusammen, darauf will ich hinaus. Und ich muss aber schon aktiv werden, sonst wird es dunkel, fällt mir gerade auf. Bevor ich hier lang um den heißen Brei rede, werde ich dieses Video auch nutzen, um Killer zu fragen. Ob er meine Frau werden will. Meine Frau werden will. Ne Quatsch, ob er gerne mit mir Niter spielen würde und ich würde es dir natürlich auch kaufen. Und schreibe es doch bitte in die Kommentare, ob du Interesse daran hättest. Wenn du auch eine kleine Kontrolle, wenn du mein Video schaust, dann sieht man mal, ob die Brothers untereinander sich die Videos anschauen. Also ich schaue mir Miami an, mein Freund. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beeilen, wir brauchen jetzt ein provisorisches Häuschen, weil ich habe keine Lust hier abzunippeln, direkt am Anfang. Und wir haben gemerkt, das ist unangenehm. Mit, 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 mit. Ja, jetzt fehlt mir natürlich das Wort. Oh, bin ich ein Arschloch? Jetzt habe ich auch so gesehen, alles in Sticks umgewandelt, ey. Na super. Toll. Toll, Wallin. Super gemacht. Super. So, Killer. Dann lass mal hören. Wie sieht es aus? Neter Boy. König will hier ein richtig geiles Haus instellen. Eine Villa mit, äh, versteckte Bibliothek und richtig geilen Scheiß. Alles mögliche. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte, bis ich wieder faul werde. Aber nein, wir wollen nicht faul werden. Wir wollen die Scheiße jetzt durchziehen. Ihr, die liebe Community, seid ein Teil dieses Abenteuers. Nein, Quatsch. So. Jetzt habe ich eine Axt. Da holen wir uns vorne ein bisschen Stein. Da können wir uns nämlich gleich Steinwerke, äh, äh, machen. Der liebe Gott hat uns hier direkt Schafe hingestellt. Das finde ich auch immer so geil, wenn, wenn, äh, Christen dann immer sagen, ja, der liebe Gott hat extra das und das gemacht. Je nachdem, was gerade da ist. Wenn jetzt, äh, es, äh, ist gerade irgendwie Sturmflut oder sowas, ne? Und dann ist irgendwie zufällig ein Gummiboot in der Nähe. Dann, seht an, der Herr hat uns ein Gummiboot geschickt. Ja. Und wenn man Hunger hat und da ist jetzt gerade ein Dönerladen, dann, seht her, hier ist dein Dönerladen. Wir holen uns jetzt mal kurz ein bisschen Stein. Wir machen uns jetzt halt immer so ein Quadratschädel. Typisches Anfangshäuschen. Und ja, ich liebe es. Auf jeden Fall auch eine Comic-Version und, äh, sieht irgendwie ein bisschen schöner aus wie, wie das andere da, wie, na. Wie heißt's? Sfax. Spax. Spax. Ja, das hat die Dingensbummens gefällt mir sehr gut eigentlich, aber es flimmert hier so jeglich der Boden, wie man sieht. Und es sieht so, ne, so wie man sich bewegt, denkt man, dass irgendwie die Oberfläche flimmert, weil es dann doch nicht so gut ist eigentlich, wenn man, ich meine hier, wenn man sich das hier alles anguckt und so, das ist richtig geil gemacht und so. Und es ist auch schade, dass es so komisch aussieht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht. Das hat aber vorher nicht so ausgesehen. Warte mal, schauen wir mal kurz in die Video-Settings. Was haben wir hier? Bla, 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 bla. Partikels. V-Sync. Random Distance Smoothing Lightning. Vielleicht war das diese scheiß Smoothing Lightning. Boah, jetzt sieht es ja noch schlimmer aus. Ne, also wir müssen auf jeden Fall wechseln. Da kriegt man ja Haugenkrebs. Da kriegt noch gleich Kohle. Das ist hier wirklich ein exzellenter Anfangsplatz, weil wir hier direkt alles am Anfang haben. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh shit, jetzt wird es dunkel. Wir haben noch nichts. Was ist da? Shit. So, komm, wir machen da vorne. Machen wir kurz zu. Genau, das machen wir jetzt. Wir werden da vorne einfach mal zumachen. Scheiße, wir haben keine Fackeln. Um kurz ein bisschen auszuleuchten. Kurz hier was rausholen. Essen brauchen wir auch noch. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Die erste Nacht ist immer sehr schwierig. Ach du Scheiße, kommen die jetzt schon? Dem, 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 bam. Dem, dem, bam. Bam, bam, bam. So. Oh, schade. Ich finde es immer sehr schade, wenn man im Nachhinein feststellt, dass dann irgendwas scheiße ist am Tech-Gebek. Und das ist ja definitiv scheiße, wie hier die Fackeln aussehen. Wir machen uns hier einfach mal so eine Treppe runter. Und wir stürzen uns in eine Höhle vielleicht. Vielleicht treffen wir auf eine Höhle. Ich habe oftmals das Glück, ich buddel einfach in irgendeine Richtung und treffe dann auf einen Hohle-Raum. Und vielleicht ist das ja wieder der Fall. Wobei mir Eisen reichen würde. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Höhle finden. Vor allen Dingen, wenn man sich unser Life betrachtet, muss das nicht unbedingt sein. Oh, was ist das? Hä? Wie sieht denn das aus? Sieht so Eisen aus. Das ist Eisen, ja. Das ist Iron-Uri. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall sinnvolle Dinge tun. Die Situation ist der perfekte Moment, um die erste Folge zu beenden. Ich werde hier mal so ein bisschen aus dem Fenster lauern. Und schauen, ob da irgendwie Skeletons sind. Und ich glaube, in der zweiten Folge müssen wir uns rausschleichen mit einem halben Herz. Es wird spannend. Okay. Wir sehen uns in der zweiten Folge. Peace.